Okay. Ich hab das mit dem Schreinen im Wald zu tun vielleicht. Ist das ein Müllhüll? Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon reinkommen. Achso, die zwei Schreine im Wald. Da, wo die Kisten stehen. Ah, ich erinnere mich. Aber trotzdem gucke ich erstmal hier runter. Da jetzt die andere Tür. Da kann ja sein, dass hier überall noch eine Truhe steht. Aber nein. Und da gehen wir uns mal zu den zwei Schreinen. Was ist das hier? Oh, ich sehe. Seine Boden ist plattiert. Ah, es geht überall auf dem Platz. Also wir müssen quasi die Dinger hauen und dann gehen die Dinger weiter runter. Und dann kommen wir weiter. Yay! Hier wieder. Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich dich kenne. Kenn ich dich? Ich kann mich nicht daran erinnern, falls ich dich kenne. Können wir deine Bläser aufnehmen? Kannst du mal kurz deine Brille abnehmen? Ja, ne meine Brille ab, ne meine Brille ab. Not too cute fish. If so. Wah? Not now, cute fish. I've got to finish this task. Nicht jetzt, wer kleiner Fisch. Ich muss diese Aufgabe erledigen. Oh, schade. Ich würde es auch gerne sehen. Sie ohne Brille. Sieht schon gut aus. Okay, dann müssen wir nochmal ein paar von diesen Punkten finden. Die, die hier überall sein könnten. Kann ich jetzt so alle als Freunde nehmen, ne. Denn wollte ich jetzt nicht, so. Das neuer Punkt. Ich kann die Brille jetzt nicht abnehmen. Ich muss noch drei weitere Brille jetzt nicht abnehmen. Ich muss noch drei weitere finden. Das ist aber echt behaglich da drauf. Na du? Hahaha, ich ab dich. Jetzt wollen wir aber weiter rennen sollen. Verdammt. Falsche drücken. Aber egal. So, Bomben. Achso, jetzt können wir hier alles drücken. Haben wir jetzt ne Bombe abbekommen? Ich glaub nicht, oder? B. Jetzt können wir gar nichts drücken. H. ist jetzt gelang. H. ist gelang. H. ist gelang. Ah, zack, jetzt haben wir's. Komm, drei Sterne. Juhu. 20 Spirits mit einer Bewertung von drei Sternen. Geschafft. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. 390 Blumen haben wir schon. Nice. Geschlecht. Dude. Typ. Geschlecht-Typ. So. Da ist noch eine. Zack. Bei dem Ding hier an der Mitte lädt's irgendwie ganz schön viel. Weiß nicht warum. Mailbot, hey. Hey Lil, are you okay? Ich weiß nicht. Es scheint, dass ich hier Probleme habe. Ich habe den Trainer all zoned up by the Major. Was? Hast du den Major behandelt? Oh, jetzt ist es. Oh, nein. Es scheint, dass er mich ein kleiner Flavor-Gerl nennt und ich bin weggegangen. Die Sache ist, dass er vielleicht zu nahe liegt. Ich meine, was zum Teufel hat es mit dem Vaggie Magical Decree zu tun, meint sie. Seriously, ernsthaft? Genau. Talk to you later. Thanks for listening. So. Wie kannst du Unterbrechungen? Ich will einfach nur weiterspielen. Jetzt geht die ganze Welt erstmal einmal mit uns. Jetzt wieder so einer. Zack, nimm das. So. Ist ja noch so eine Platte. Ne. Okay, weiter. Da ist eine. Und jetzt noch eins finden. One more no. Nein, ich leg meine Brille nicht ab. Nein, wir liegen es. Leave me alone, Tiny. Ich habe meine Aufgabe zu tun. Ah, hier sind ja noch zwei Platten. Pass mal, wenn ich die andere auch gleich mitdrücke. Drück mal die andere weg. Schimpf mir den zweiten. Okay, that's all five plates pressed. Game on. Jetzt, wo das erledigt ist, kannst du deine Brille abnehmen. Fuck, okay, ich nehme sie ab. Are you happy now? Guck mal, die Augen von dem. Ich will es auch sehen. Wow, your eyes. Die sind wirklich wunderschön. Oh, wie? The kids at school used to make fun of me when I took my glasses off. Hm? If you look, you kill or kill around around corners. Hey, ich will auch gucken. Ach, nö. Ich wollte sie dann auch ohne Brille sehen. Voll gemein, erst mal schon von hinten gesehen. You. You're up to do not good, visitor. Hi. Wie sie sagt das mal hi. Me? No. Oh. I'm sightseeing. I have some new sights for you to see. My friends, Latterhorn and Buttercup. You will leave this island now. You keep saving that. Er hat die zwei jetzt wahrscheinlich auch etwas deformiert, würde ich jetzt mal sagen. Genau, jetzt geht es hinterher zum anderen. Ich dachte mir ja schon fast, dass der zweite auch runter geht. Das ist der zweite Flussgeist. Vier weitere Switches. Okay. Goldfisch hat gesagt, dass er die Brille hat genommen hat. Ja, jetzt fragt der nächste. Ja, das nächste Mal. Ich muss noch vier weitere Schalter drücken. Will der jetzt auch sehen. Da ist noch einer. Zack. Ah, guck mal hier. Direkt davor ist auch noch ein Schalter. Muss ich mir merken. Jetzt will er die Augen auch sehen. Du starrst mich so an. Vielleicht nach dem. Aber du hast es ihm auch schon gezeigt. Lass mich auch gucken. Ich will es auch sehen. Ich bin genauso ungeduldig wie die Fische. Oder neugierig, sag ich mal eher. Zack. Sieht ein bisschen nicht so kristallklar aus, das Wasser. Ah, hier ist noch einer. Ah, guck mal, das ist blöd. Die können doch durchrennen. Was ist los? Das fände ich aber nicht so cool. 200 Wasser zerstört. Erfolg. Not disturbed. Haben. So, einen Punkt. Den hier. Müssen wir noch treffen oder kann man zurück? Ach, ich stehe da schon vor einem. Cool, was passiert da jetzt? Ach, hier sind schon beide Fische da. Just gonna find the final pressure plate. Hier, sie ist Wenzel. Sie hat gesagt, dass sie gleich die Brille abnehmen wird. Sorry, das nächste Mal, Leute. Ich muss eine Platte finden. Oh, bitte. Ne, wie gesagt, nächstes Mal. Ich mach mir erstmal den Blumen hier mit. Da müsste dahinter noch eine Truhe sein, genau. Was haben wir da? Eine schöne Kette. Ih, wir sind voll... Ih, wir sind voll gestuhlt worden bei den Vögeln. Ist ja eklig. Was passiert hier jetzt? Achso, die Augen. Ah. Ah. Ah, ich verstehe. Ich sehe, was du machst hier, Mr. Friedle. So. Mal ein bisschen mit einem Speed-Reboost hier reingeben. Ich will eh sitzen. So kann man Vogelkot auch schön machen. Ey, da verfuckt mich einer. Tja, hätte sie nicht machen sollen. X. Verdammt. Grad warst du das Richtige. Ja. Wollen wir gerade wieder konzentrieren. B. Und da ist die Lanze. Zack. Das ging nochmal flüssig. Fertig gut. Bald haben wir die Hälfte der Geister. Ich denke mal, die anderen, die kommen erst nach Ende des Spiels. Das sieht schon fast danach aus, als wenn nicht mehr so viel kommt. Fast alle Leute haben wir angesprochen. Wenn wir die große Statue, die Säule davon nicht haben, dann müsste die Macht auch weg sein von den Geistern. Denke ich mir mal. Okay, jetzt macht er erstmal die Bomben wieder. Weg damit. Oh, noch eine Welle. Nein, nicht so viel. Das war jetzt nicht cool. Ich merke es gerade selber. Weg damit. Man sieht es auch manchmal gar nicht. Es ist versteckt untereinander. Zack. Das war bestimmt nicht drei. Doch, Tatsache. Cool. Aber stimmt ganz knapp. Pass auf. Wenn ich mir die Punkte angucke, bestimmt mal ganz knapp geschafft. 1.100? Joa, 300 mehr. Ist in Ordnung. 300 ist okay. Nicht so cool, aber okay. So. Ich holen wir mal das zweite Auge. Ich will mir jetzt gar nicht angucken, wie die Constructions da aussehen. Wie er sie deformiert hat. Bestimmt nicht so schön. Zack. Und das zweite Auge. Juhu. Exzellent. Ja, jetzt will ich eure Augen aussehen. Alle gefunden. Okay, nur nimm sie ab. Sieh ihr schon wieder? Ihr habt mir die ganze Zeit gefolgt? Sie, Wenzel? Sie ist die komische, aussehende Person. Ding. Dude. Sie schaut wunderbar aus. Really awesome, man. Thanks. Sieht auch super aus. Ask her. Frag sie mal, ob sie die Brille abnehmen soll. Der Goldfisch hat gesagt, sie sieht am amazing aus. Wunderbar. Äh, sag mal, kleines Mädchen, kannst du deine Brille abnehmen? Ich sehe dich nicht, warum nicht? Klar. Man, ich will es auch sehen, ich kann nichts machen mit dem Kontrollland. Guck mal, die Augen von den Fischen. Man, es ist so schön, richtig? Oh, vielleicht war der Goldfisch über jemand anderes gesprochen. Was? Der Goldfisch über dem anderen erzählt? Ey, wir sehen gut. Ich brauche wirklich mehr Gläser, um zu sehen. Alles ist blöd und sehr schmerz. Es ist verschwommen oder ziemlich dunkel, alles andere, ohne Brille. Es ist wirklich das Beste, wenn du sie aufsetzt. Äh, für jetzt. Warte, was? Der zieht die Brille ab. Oh, Mailboard. Nein, ich will auch nur spielen. Hör auf damit. Ach, komm mal, auf dem Mailboard sind die fünf Masken drauf. Ich kann niemals daran verwendet werden, aber danke, dass du Mailkonstrukte. Liebe Studenten, Ah, der Professor wieder. Ich glaube, dass du dich erinnern, dass du deine finalen Errichtung hast. Alles tun sicher. Viele von deinen Lehrern haben zurückgebracht und sind die finalen Präsentation vorbereitet. Also, er hat gesagt, dass es bald zu Ende geht und einige sind schon zurückgekommen. Reporten werden für 83% von deinem Gratum für den Jahr. 83% macht dieser Wow. Also, Headmaster Eliwood Will be attending the presentation I'm all at Twitter. I'm all at Twitter. Das wäre lustig. Ey, bin doch zu Twitter. Ey, geh an dein Handy ran. Professor ist dran. Let's this letter serve as final notice. Also, finale Notiz. There will be no particular credit for late projects. Es gibt keine... Okay. Wir dürfen nicht so spät sein, quasi. Ist die letzte Meldung dafür. Return Return to zum Campus zur Uni quasi ganz schnell zurückkommen. Also, sofort. Since Re... Since Rest Regards Regards Professor Pettigrew Ey, ist gemein. Ich muss gerade mit ankommenden Schluck auf. Der ist nicht durchgekommen. Man muss hier gerade reden. Das war echt gemein. Immer so Mal zurückhalten. Mailbox. There's so much going on. I can't leave. This place seems so important. But all my shoulder work would be nothing for this report. Well, seems like... Blah. They defeat the Major and bring Jotas to the island. Or return to the boat. Leave immediately and gain a name for yourself. I'm sure there's no prote... Prestige like Magical Prestige Magical Magical That's what I say. Hmm, thanks somehow risen Mailbox. Tja. Wir dürfen uns jetzt anscheinend, wer zum Boot laufen oder nicht? Wake river spirits or return to boat and leave. Ich geh noch nicht zum Boot, hallo? Ich mach hier meine Erfolge weiter. 37 Freunde? Wo ist deine letzte? Ah, wir haben ein Kettenamulett gefunden. Wer ist deine letzte Freund? Huch. Hab gar nicht gesehen. Achso, jetzt ist das Boot schon vorbei. Dass wir zum Boot gehen dürfen. Ich geh mal außen vorbei, ich find die FPS besser. Weiß nicht, warum es in der Mitte da so laggy ist. Wahrscheinlich wegen den einprogrammierten Bewegungen von den Steinen da. Das ist nur mein leidenhaftes Wissen. Ich hab keine Ahnung, was da wirklich vorfällt. Vorgeht. Ach nee, warte mal, hier unten geht's auch durch. Geht's auch lang, so. Zack. Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem noch, was schnell einsetzen. Zack. Pump. Ja, passt perfekt. Und auf der anderen Seite noch schnell. Und auf der anderen Seite noch schnell.